Hey, meine Rar-Bauken, ihr kennt ja sicher noch Piggy. Ich bin der neue Piggy, nämlich der Comic-Kater. Und Ebu ist auch mit dabei. Und andere Spieler sind die, naja, die mäßig die Mäuse, die jetzt versuchen müssen, hier auszubrechen aus meinem Haus, ja. Und ich, da ist der erste, Alter, hinterher. Los, komm her, komm her, komm her. Bist du das? Äh, nee, nee, ich bin ganz... Äh, ich bin im Keller. Oh, der ist so knapp. Ey, oh, da ist ein anderer. Alter, der hat schon Skin, oh, Oha, der ist ein Überser-Pro. Alter. Ich hab ihn aber. Oder? Es ist ein Millimeter, no joke. Es ist ein Millimeter. Hä? Ja. Okay, ich hab einen, ich hab zwei. Oha, ich hab zwei. Alter. So, das Heftige ist jetzt, aber die können hier befreit werden. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Falle. Oh nein. Mach ja alles mit Fallen zu, Alter. Ihr könnt... Ihr könnt mich mal hier. Oh, willst du mich provozieren hier? Komm her. Bam, Alter, hab ich ihn. Putz. Drei eingesperrt, Evo. Oh nein. Und ich bin hinter einem. Nein, es ist meine Falle gerannt. Vier eingesperrt. Hä? Ja doch, vier, 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 vier. Hehe. Das war die schnellste Runde, Ever, Alter. Wenn, möchtest du mir kurz helfen und mir sagen, wie man Sachen wirft? Wegwerfen? Ja. Äh, okay. Kuh, kuh, kuh. So, hier unten ist auf jeden Fall ein rotes Schloss. Also anhand der Türen, die geöffnet sind, nämlich wenige. Schließe ich mal, dass ihr ver... Oh, da war jemand. Hey, ich bin für zehn Sekunden eingeschlafen. Okay. Hey, Evo. Ah, Gott. Nein, ich befrei die dich. Oh mein Gott, Alter. Kannst du, glaube ich, gar nicht. Du brauchst diesen Dietrich oder so. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Unterher, hinterher, hinterher, Alter. Bist du die Letzte? Ich glaube... Wo bist du? Ich weiß, was du da bist. Ach, Ben. Moin. Ah, Gott. Nein, ich hatte den 200 IQ-Bruf. Ich habe diese Luke zugemacht und Evo ist nicht rausgekommen. Ich hatte sie safe. Und dann habe ich auch nochmal gedrückt und sie wieder aufgemacht. Ey, so lost. Das war richtig schlau. Oh, du kommst da nicht hier raus. Doch, kommst raus. Oh. Das war so dumm. Ich hatte... Es war so gut gespielt. Ich hatte nichts. Das war ernsthaft so gut. Aber dann völlig so. Wurde da einer befreit? Lass mal gucken. Ne, die sind alle noch da. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich sie befreien soll. Ja, es gibt einen Dietrich. Okay. Ah, hier liegt der. Ich weiß noch, wo er liegt. Okay, wo? Das werde ich dir wahrscheinlich sagen, oder? Oh mein Gott. Boom. Das war eine sehr erfolgreiche Runde. Aber mal sehen, ob wir als Maus auch... ...gewinnen können. Let's go. Rückrunde. Okay, das ist Pinky. Genau. Das waren wir gerade. Kitty. Genau. Und Pinky wird jetzt aber... Das werdet ihr gleich sehen. Bam. Eingesperrt. Genau. So, und wir müssen aber Pinky befreien und entkommen. Man kann aber skippen und hat da mehr Zeit. Ist ja völlig illegal. Let's go, Alter, so. Wir müssen uns alles merken, Leute. Ich bin oben. Ich hatte es auch oben. Das ist unten rot, unten rot. Das bleibt, glaube ich, jede Runde gleich, kann das sein? Oben grün, unten rot. Merken wir uns das? Oben grün, unten rot? Oben grün, unten rot, genau. Oh Gott, ich habe die Tür gerade selbst wo meine... Okay, da brauchen wir so eine Ladde. Da brauchen wir einen Hammer oder so. Also, ich habe schon viele Sachen gefunden, wo man was einsetzen kann, aber noch nichts, wo man das findet. Okay. Okay, hier ist auch nichts weiter. Ich bin in dem Raum eingeschwellt. Benzin, ich habe Benzin. Okay, nee, der andere Typ hat. Der hat schon zwei Gegend. Der hat blau. Okay. Okay, okay. Ich habe eine Schlüsselkarte und einen Kabeltrenner. Oh, da ist rot gewesen. Blau. Könnte das der blaue Schlüssel sein? Ich save nicht. Oh Gott, da ist er. Die blaue Katze braucht man unten im Keller. Ah, okay, ich gehe in den Keller. Oh, warte, 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 warte. Okay, okay, okay. Oh, oh, da kommt die Katze. Aber die können wir ganz easy outplayen, so. Und jetzt versuchen wir irgendwie in den Keller zu kommen. Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo es zum Keller geht. Oh, keine Ahnung. Weißt du noch, wo man rot benutzen muss? Oder hat das jemand schon benutzt und weggeschmissen? Rot war doch unten oder nicht? Und grün oben. Haben wir das nicht gerade dutzend mal gesagt? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ah, das sieht mir nach Keller aus hier, oder? Unten Keller unten oder unten? Nee, nee, Erdgeschoss. Erdgeschoss, okay. Grün ist hier. Ich gehe jetzt in den Keller mit Keycard. Oh. Aber wo muss ich die einsetzen? Ah, wir haben schon zwei von drei. Dann ist dieses Haupttor hier auf. Okay, worum man das hinführt. Hey, man braucht ja nicht die Keycard. Hä? Irgendwo braucht man die. Irgendwo kannst du die reinstecken. Da haben die das schon gemacht. Ich habe hier einen blauen Schlüssel. Oh, der schläft. Ich habe hier grün. Grün war oben. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Okay, ich nehme den. Das brauchen wir, glaube ich, auch noch. Ach so, wir müssen es fallen lassen. So, ich nehme mal das. Weil die brauchten wir auch noch, um oben so eine Tür aufzumachen. Ihr erinnert euch, sind wir dran vorbeigelaufen? Probieren wir mal vielleicht, dass ich jetzt zumindest irgendwas beitragen kann. Ah, die Latte hier, die brauchen wir auch noch. Ja. Kann man das vielleicht auch? Ach, schade, das wäre geil gewesen. Oh, den müssen wir befreien. Ich weiß, wo der Dietrich ist. Bis dahin, bis dahin. Ah, da, 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 ja, ja. Okay, es ist in jeder Runde gleich. Ich befreie ihn. Kommen Sie her. Zwei, ich kann zwei befreien. Nein, das ist der nicht. Doch, befreit. Beide befreit. Ach, der kämpft da oben. Ja, ich muss da hin. Gibt es noch einen anderen Weg hoch? Nee, ich glaube nicht. Eieieiei, ich muss ihn ablenken. Ich gucke, wie der da steht. Er kommt. Er geht wieder hoch. Oh, ey. Jetzt ob es keinen anderen Weg ist. Es muss einen anderen Weg hoch geben. Das wäre sonst übelst illegal. Ich gucke nach. Lass mal suchen. Ich glaube, die Tür geht nicht auf. Das ist ein Kabeltrenner. Vielleicht hier über, 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 hier? Nee, hier geht es auch nicht lang. Nee, hab schon ausprobiert. Hier ist wieder ein eingesperrt. Ach nee. Ja, doch, die sind wieder auf. Die sind eingesperrt. Was mit dem? Schon wieder? Ja. Ich befreie sie nochmal, Alter, easy. Hab sie nochmal befreit. Ja, nice. Problem, wenn ich erwischt werde, kann ich ja... Nein, der hat mich. Aber Tür ist noch offen. Oh, perfekt. Ja, der muss die Tür, glaube ich, manuell wieder zumachen. Sonst können wir da nonstop rausrennen. Das hätte ich gut gemacht. Der kämpft jetzt da. Aber... Ach nee, ist die Tür wieder... Okay, du musst den Dietrich wiederholen, Ebro. Okay, 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 okay. Der ist eingesperrt. Mann, der kämpft da. Oh, der eine befreit dich jetzt. Ja, ja, kommt. Ja, dass die Sache ist, da oben zu kämpfen, bringt ihm halt jetzt auch nur so... Halt was. Ja, der kämpft halt an der Ecke und denkt, man checkt das nicht. Da links kämpft er. Ja, bin vorbei. Aber ich hab nicht... Ich hab meine... Oh, er ist eingeschlafen. Nice, perfekt. Ich hab den grünen Schlüssel. Mach grün auf, die Putze. Eh. Ach, Gott. Mach Tor auf. So, ich hab jetzt so ein... Brett, ja, Brett. Das ist nice. Und wir brauchen Benzin hier, ne? Ja. Oh Gott, der hat sich bewegt. Okay. Wo liegt Benzin? Ich hab keinen Plan, Alter. Das Brett kannst du da oben planten, auf jeden Fall. Brechstange. Ah, der hat mit der Brechstange das schon aufgemacht. Oh Gott, das ist dieser Raum. Okay. Äh, wir brauchen... Wo kann ich das platzieren? Hier, links. Da, wo du... Du bist vorbeigelaufen. Da links, hier in dem Raum. Genau. Das ist halt einfach nur... Das ist halt nur eine Abkürzung. Ah, okay, okay. Perfekt. So, wir brauchen Benzin jetzt noch. Ich glaub, Benzin ist sogar das letzte. Benzin... Ist Benzin nicht unten? Im Keller? Ja? Ja, es gibt dreimal Benzin, glaub ich, oder? Ne, ich glaub, du kannst mit einem Benzin alle... Also, wenn uns fehlt ein Generator, dann geht diese Tür auf und... Und hier die Karte. Ah, ne. Doch, doch, die blaue Karte fehlt hier. Hä, wo? Die hab ich doch... Die hab ich wegge... Oh, ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ich hatte die vor. Oh nein. Ach, die braucht dann für die Finaltür, meinst du? Ja, genau, hier unten. Du musst alle Generatoren starten und dann die Karte dort auch... Okay, das heißt, wir brauchen Benzin, müssen dann den Generator oben anmachen und dann die Keycard, okay. Genau. Das heißt, Benzin und Keycard, lass mal gucken. Ich hoffe, das ist kein Spieler, die hat. Oh, das wäre... Du siehst das über deren Kopf doch, was die haben. Ja, aber nur, wenn sie in der Nähe sind. Ja, das stimmt. Ja, aber wo könnte denn Benzin sagen? Ich weiß nicht, ich renne mal ein bisschen rum und gucke nach. Oh! Ich bin eingesperrt. Okay, ich habe jetzt halt zwei Schlüsse, aber die sind ja auch nutzlos. Ich brauche den Diedrich. Ja. Hat einen Spieler. Kannst du mal checken, was die so haben? Äh, ich... Wie soll ich checken? Ich würde gerade eingesperrt. Ach so, du lebst ja noch. Ah ja. Ja, ich bin eingesperrt. Es ist interessant zu wissen, ob ein Spieler Benzin hat und Diedrich und alles, Alter. Ja. Ey, der platziert hier so viele Fallen. Ah, hier ist auf jeden Fall einer. Der hat die Keycard. Okay. Alright, alright, alright. Der bringt nichts, Alter. Wir brauchen... Oh, es sind alle drei aktiviert, hä? Ja. Kommt raus. Ah, nice, raus! Und was mit uns? Oh, es geht noch weiter. Oh, verloren. Ach, du hast verloren jetzt? Ja, aber ihr glaubt, dann rausgegangen seid. Ja, aber ich hatte ja... Ich hatte ja diesen... Warte, jetzt müssen wir sie jetzt befreien. Verdammt. Ich werde dich hier befreien. Nein, es kommt Kitty. Es ist safe. Ja, ja, Kitty kommt. Der kriegt jetzt einen über den Döds, Alter. Oha. Schleicht sich an. Er tritt... Er ist auf die Fernbedienung getreten. Jetzt hat... Wahrscheinlich befreit er sie. Hä? Fernseher geht an? Das werden sie erst ein schwarzes Loch irgendwie. Und wir werden alle reingesogen. Ähm. Bro-Sponge. Wer kennt's nicht? Spoobee. Mickey Mouse House. Hä? Geht's jetzt noch weiter? Ah, nee. Wir haben gewonnen. Hi. So, man kann sich... Ich habe hier jetzt auch im Shop, Alter. Wie viel? Ich habe 400 Käse, Alter. Let's go. Hier mit Käse... Oh, mit 500 kannst du den ersten Skimmel holen. Ah, mit Käse-Multiplier. Da hat man... Ja. Okay, aber du kannst dir auch... Neue Mäuse. Ah, ist genauso teuer. Aber neue Waffen. Neue Waffen geht. Wippel. Hadi, musst du... Okay, ich kaufe mir... Oh. Ich kaufe mir einen Basie. Nice, ich habe einen Basie. Aber musst du die alle durchkaufen? Und jetzt... Ja, ja, jetzt kann ich... Ich habe einen Wischwapp. Oh, ein Wischwapp? Was ist die letzte Waffe? Ach, das ist doch... Man sieht es so ein bisschen. Alter, ich habe eine Handsäge. Ein Laserschwert. Alter. Was ist die allerletzte Waffe? Club. Was heißt Club? Big Lintern. Das ist irgendwie so... Das ist so ein Baseballschläger. Tisch. Ein Bartschrubber. Laserschwert ist halt am... Feuerachs, Alter. Ja, moin. Mal schauen, was es hier noch für Katzen gibt. Kochkatze. Polizeikatze. Alter. Ritter. Roboter. Akademiker. Worker. Dieb. Alienkatze. Mit einem Auge dann nur noch. Cheese Multiplier mal 6. Das ist irgendwie schon praktisch, ne? Okay, jetzt hier weiter. Auch Mäuse. Mouse Doctor. Ninja. Toxic. Astronaut. Alter. Lucky. Agent. Pilot. Firefighter. Biker. Police. Alter, und auch Cheese Multiplier mal 6. Überleg mal, ich hätte jetzt gerade mal 6 gehabt, dann hätte ich ja schon... ...2.400 Cheese gehabt, Alter. Sehr gut viel gewinnt. Oder hat sie dir viel kaufen können? Joa, safe, aber abschleider nicht. Ja, schade. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Lasst euch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ja, abonniert den Kanal natürlich auch kostenlos, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Tschüss. Tschüss.